Hallo, willkommen wieder bei Vivi kocht. Diesmal kochen wir outdoor und zu fünf Prozent vielleicht indoor und zwar vom Lago di Lugano in Lugano am Montebré und ich habe einen ganz besonderen Gast, der seine Lieblingsrezepte heute mitgebracht hat und zwar aus dem wunderschönen Bern aus der hauptstadt der schweiz meret matter hallo hallo was machen wir heute wir machen auberginen mit safran joghurt und granatapfelkernen das ist aller otolenghi danach machen wir sticky lamb chops das ist kann man auch mit lamb kotelettes machen wir machen es heute mit lamb racks und dazu gibt es eine frische taboulé womit fangen wir an wir fangen an mit den auberginen die machen wir die schneiden wir in ein zentimeter dicke streifen und du bepinselt sie dann mit oliven so früher hat man ja die auberginen immer noch gesalzen das macht man bei der salz und pfeffer tun wir dann auch drauf aber übers öl es soll nicht wasser ziehen weil es ist eigentlich gut wenn es ein bisschen noch wasser drin hat dann ist es so ein bisschen kompakt ist nicht wie bei melanzane also der safran ist jetzt vorbereitet jetzt schnippeln wir jetzt breiten wir den couscous vor genau eigentlich macht man ja zuerst würde man jetzt zuerst den couscous ansetzen aber wir haben ja zeit das machen wir später genau meret ja wo hast du denn kochen gelernt oder von wem hast du kochen gelernt in deiner familie also nicht unbedingt von meiner familie ich habe freundinnen die gut kochen und freunde und dann habe ich auch eine zeit lang einfach einfach eben man lernt sie eigentlich nur durchs machen und ich war auch also eben viele von meinen freundinnen waren sehr große verehrerinnen der nordafrikanischen küche und auch und da deswegen kam dann eben haben wir uns dann auch zum beispiel für otto lengy und solche rezepte die dann auch ein bisschen komplizierter waren aber eigentlich hat man ja so ein bisschen paar basic rezepte und so und ich koche halt auch viel weil ich kinder haben das ist einfach so da kommst du ja nicht drum herum aber du bist auch ich koche auch gerne ja genau absolut du damals bei der die lasagne hingezaubert hast eine vorstellung gehabt und abends kann man zum essen und dann stand eine riesige lasagne wir haben nämlich wer aus der letzten sendung aufgepasst hat wir haben Submary 8 wo ich mitgespielt habe da hat meret matta die regie gemacht genau du warte mal jetzt glaube ich schon das sind nämlich große da das reicht jetzt da erstmal diese hälfte esse ich gerade wir haben ja noch die ausnahmsweise weil man könnte auch frische paprika was ja viele leute weniger gut vertragen aber wie wir hat gestern auf dem grill paprika gegrillt und wir haben also noch gehäutete gehäutete gegrillte paprika und die tun wir auch ins taboulet wir tun jetzt tomaten gurken dann diese paprika und dann ein bisschen radieschen und ein bisschen frühlingszwiebeln noch also der fünf gemüsesalat dann fehlt noch das wichtigste petersilie perfekt im ganzen bunt wie solche schneiden ganz rein ganz rein hast du kein hacke hackemesser wie gemässer genau der nicolai sökosch in der stein wurde die folge das blende ich jetzt kurz ein das ist ein hackemesser der hatte so ein dreizackiges so ein ding ja eben das habe ich auch echt so groß nein nicht so groß riesig aber wie gesagt was für ein menü würdest du für ein abend date kochen ja das kommt wirklich auf den mann drauf an würde ich sagen wenn er vegetarier ist würde ich wahrscheinlich versuchen irgendwie so eine leckere zum beispiel gebratener mais mit ratatouille und und käse überbacken polenta mit käse überbacken und dann ratatouille oder ich war zwar noch gar nicht mit einem vegetarier liiert dass ich mich irgendwie so spät und das das darf ich noch nie also man könnte man hätte was im petto also ich würde zum beispiel nordafrikanische fleischkügelchen machen oder spiessen oder ich würde spagetti a la vong alle vongle das gibt natürlich so ein bisschen auf natürlich will man ja als frau beim date nicht nur jemand bekochen sondern man kann ja auch bekocht werden womit könnte man dein herz sozusagen öffnen also eigentlich wenn man einfach gut kocht kann man mein herz öffnen alles was man gut kocht also sie ganz wichtig lamm fleisch ganz wichtig dann eben wie gesagt mag ich fisch sehr gerne und als gemüse mag ich sehr gerne auberginen und peperoni für alle unsere deutschen zuschauer peperoni ist paprika ist in der schweiz der name für paprika wir machen jetzt in die tabule also das wichtigste gewürz ist sicher die petersilie aber was auch wichtig ist ist und das gibt so einen frischen touch ist dass man auch ein bisschen oder nur 45 blätter minze auch ganz ganz fein geschnitten weil minze ist wahnsinnig dominant und man muss einfach sich achten dass nicht zu viel ist sonst deckt sie die anderen geschmäcker zu pfefferminze ist so fein und so sollte sie auch sein ganz fein hier ist im vergleich die blätter und so sollte eigentlich auch die petersilie sein aber zwar haben wir bio lamb shops auf dem grill tun und durch heiß anbraten heiß anbraten und sind die dann noch so ein bisschen rosa oder bisschen rosa das machen wir nur ganz kurz schön heiß man könnte im winter wenn man keinen grill hat kann man es bei 220 grad nein kann man zuerst im wasser aber das sind halt auch da kann man auch ein bisschen größere zum beispiel lamb kotelettes nehmen und die könnte man im wasser kochen sind das nicht lamb kotelt das sind racks aber ich das sind schon komplett im prinzip ist das der rest oder von der kleinere teil und wenn man die dann kocht dann kann man die bei zuerst aufkochen im wasser und dann lässt man sie simmern bei 45 50 minuten lässt man sie im wasser simmern dass es so durch kocht das fleisch dann kommen sie bei 220 grad vorgeheizt zehn minuten in ofen und dann kann man die marinade drauf machen und noch mal zehn minuten bis 15 minuten in den ofen das wird auch richtig crispy und man hat halt im winter oft nicht die möglichkeit zu grillen aber viele nordafrikanische gerichte sind auch mit fleisch das gekocht ist also couscous und so und das wird auch ganz zart es bleibt hat auch ganz saftig was war dein lieblings kindheitsrezept also was meine mutter gekocht hat damit sie euch glücklich machen konnte ja also zum beispiel shepherd's pie das ist so ein rezept so mais und kartoffelstock dann mit käse überbacken und unten drin ist auch lammfleisch das ist so ein englisch schottisch irisch bekam will ich mich jetzt nicht auf die erste rauslassen gericht aber das machte ich wahnsinnig gerne deine mutter ist engländer ist engländerin genau sie wollte uns auch immer beweisen dass die englische küche fantastisch ist sie hat es nie ganz geschafft sie kocht wahnsinnig gut das geht überhaupt nicht darum aber minzen soße und so gewisse sachen die die engländer wirklich lieben finde ich wirklich nur in ganz seltenen fällen gut ich habe es auch schon gut gegessen aber wirklich eher in seltenen fällen meine schwiegermutter liebt die englische küche teile besonders shepherd's pie war als junges mädchen lehrerin in englern oder in schottland und letztens hat sich von uns gewünscht roast beef mit yorkshire pudding das ist gut und peppermint sauce und boden haben wir noch dazu und hast du selber yorkshire pudding gemacht wie hältst du dich so wunderbar fit er ist doch so ja ich mache training du machst ja und schon jahrelang ich habe eine sportgruppe eine sportgruppe genau das sind privatsportgruppe und wir reden oft beim training übers essen das kein witz weil wir alle sehr gerne essen und wenn wir uns fotos schicken aus urlaub ist nur essen apropos dann so drauf jetzt hat es sich schon so zusammengefunden und das couscous tut man nachher einfach so drüber auf das geteilt sind wir alles rein und das ist gut so wie es jetzt aussieht so dass wir das mal rein rein das ist am besten mit der hand bis ja alles durch durch so schön durch kneten genau richtig so klicken ich will müsste jetzt zitrone und balsamico dir noch reinkommen das jetzt machen wir damals zitrone rein müssen wir schauen wegen den kernen jetzt kommen wir zur joghurtsoße haben wir griechischen joghurt warum griechischer joghurt weil der einfach ein bisschen fetter ist und ein bisschen weniger flüssig also eigentlich könnte man für dieses gericht weil es auch ein bisschen flüssig sein darf weil man so drauf tut auch normale joghurt sein aber es ist immer lecker griechischer joghurt bitte entschuldigung so schön bisschen so und ein drittel von hoch kann man zuerst jetzt das saffram zeigen weil das macht so schön mit der farbe da kippt man eigentlich also wir sind jetzt fertig die lamb shops sind jetzt perfekt bei 220 grad noch mal zehn minuten finnisch und jetzt meret machen wir den gerösteten sesam drauf tut man die einfach so drüber streiten machen jetzt das einfach so hier ist noch petersil gebockert jetzt probieren wir einfach meret ich nehme den hier ok ich will einen mit chili ja ich auch gut danke danke dass du da war danke da ja 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 Ja. Oh. Oh. Das mit der ganze Abschauen. Tschüss. Tschüss. So, und das Schatz. Hä? Hm? Hm?